Und weiter geht's mit einer lustigen Runde. Hier bei ARK. Wo ich jetzt Kiste öffnen werde, in dem sehe ich... Wow. Kurzgefahr. Kängurus! Joa. Schön. Na komm, Leute. Es ist nicht mehr weit bis nach Hause. Nur noch ne Stunde Flug. Ah. Sage mal, ich hab doch im 3. Level verteilt. Du hast recht, Chaddick. Scheiß drauf. Oh. Oh. Gut. Was kann ich jetzt eigentlich noch erstmal groß erkunden? Das Problem ist da der Nordwesten... Nein, nee, gar nicht. Nordwesten könnte ich hin. Nordosten. Dieses Gebiet, das ist alles Eis. Richtung Westen könnte ich. Da am Strand entlang. Ich glaub, das mach ich. Sobald wir zu Hause sind... Bereite ich mal alles dafür vor. Und... Chaddick macht schon wieder einen Sturzflug. Oh. Oh. Was ist denn los mit dem? Klein... Vogel. Mia trägt das ganze schwere Zeug? Und er schmiert hier ab. Hm. Naja, gut. Ich will mich nicht beschweren. Es ist immer noch besser als laufen. Aber wenn ich jetzt... Am Strand rumlaufe. Äh. Den Strand erkunden, werde ich laufen. Oder zumindest... Laufen oder werde ich schwimmen? Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mein Laufen wäre ja interessant. Ich bin Fan. Ja. Ich werde komplett ohne Begleiter, werde ich losziehen. Das mache ich. Ich werde die Begleiter im Lager lassen. Und völlig auf mich allein gestellt. Losziehen. Oh. Oh. Und was zu futtern werde ich mir einpacken. Oh. 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 Ach nee. Ach, sind wir schon zu Hause? Oder? Ne. Ach. Quatsch. Für die falsche Seite. Oder ist das der See? Mir? Dahin. Oh. Jetzt regnet es auch wieder. Hey. Ich bin richtig. Das hier ist der Flusslauf, der bei uns zum Wasserfall führt. Ha. Himmstoffen. Ich bin immer wieder nach Hause. Ja. Auch schon. Ne. Ich dachte, da ist wieder ein Schlüssel nachgesprochen. Das sah doch nur so aus. Alter. Was ist denn da hinten los? Da eine Kapsel. Da eine Kapsel. Da eine Kapsel. Da ist Mia. Da noch eine Kapsel, die gerade auftaucht. Alter Schwede. Spino. In der Dunkelheit erkennt man ihre Mauer. Dafür chatte ich jetzt auch mal hier miteinander. Mia, kommst du mal ein Stück hierher? Mia. Mi, 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 mi. Ah. Landen. Ja, da kommt schon wirklich zu. Mir sagt etwas, das ich vergessen habe. Ich kann das Eisen ja jetzt mal aus aus Ihrem Inventar nehmen Oh, ich bin überladen Bin ich überladen? Ich bin überladen Ich bin überladen Ach ja. Nein, das sieht so viel Eisen aus. Aber man darf nicht vergessen, dass, äh, was war das? Zwei Eisen? Genau, zwei Eisen ergeben einen Barren. Bedeutet, ich habe praktisch nur die Hälfte an Ressourcen, die ich einfach hier habe. Warte mal, für irgendetwas braucht es doch auch Eisen. Was ist denn? Das sind die Barren. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ach, hier. Quatsch, das war hier für den Tisch. Da. Na, la, 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 la. Schmelzen, schmelzen, dicklos schmelzen. Ich glaube, 100 Eisen reichen, ne? So, jetzt haue ich jetzt nochmal zwei, dreimal auf den Baum ein. Oh, da kennst du da einigermaßen was. So, ein Baum. Kann ich einen Tisch herstellen. Äh. Äh. Da. Tisch. Noch ein Stuhl. Was brauche ich für die Sitzbank? Holz und Stroh. Ähm, ja. Ich glaube, ich werde erstmal die beiden Sachen hinstellen. Restlich Eisen kann ich dann ja einschmelzen. Ja, herrlich. So. Ein Stuhl. Ja, aufsitzen. Patsache. Schön. Heiß. So, und den Tisch. So, und den Tisch. Und hier so haben. Genau. So als Werkbankerweiterung. Ja, jetzt ist Ambos natürlich da eine falsche Seite, aber es ist egal. Das funktioniert ja auch so, alles. Äh, äh, irgendwann hatte ich die Mörser noch rumfliegen. Oh, ich habe früher zwei Mörser rumfliegen. Oh, ich habe früher zwei Mörser rumfliegen. mit dem Kochenzelt das kann ich hier reinpacken genau Portion gegrilltes Fleisch, Brotten, Paselbraten sehr schön wie sieht das hier drin aus ist alles da Nnam 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 so ah der ist Keratin es muss unbedingt Keratin sein es kann jetzt nicht Schittin sein doch denn das ist ja doch einfach Mia ich weiß dass du etwas in deinem schönen Federkleid oh level up was war was in deinem schönen Federkleid aber leider nicht genug schade 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 ne das reicht nicht ganz so ja äh hab ich noch 40 irgendwo rumfliegen ich darf nicht davon ne ne oh du hast gar nichts zu fressen Mia teile mal bitte sag mal eine ganze Liebe so ja wenn uns der kleine hier nicht vom Fleisch fällt also so schon gehofft ein großer hast du noch irgendwas dabei du hast einen Sattel für einen Radfuhr und du hast Gammelfleisch und du hast Gammelfleisch so du hast ja nichts dabei ne voll ja ja ok dann kann ich gleich den Agitavis Sattel basteln noch Fasern und Leder Fasern und hier mal reinkreifen Leder Aranodon oh Gott wie viel Leder brauchst du denn? so Argentavis wird gebaut der Sattel wird gebaut der Sattel lalalala sehr schön ich freu mir so den Radforsattel den kann ich da reinschweifen das kann ich da mal reinschweifen das so wo ist denn? da 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 kann ich sie auch endlich da platzieren wo ich sie brauch das jetzt guck mal wie geil das ist denn? wie geil wie geil ist das denn? Du bist der Hammer Ich hab ne eigene Werkbank dabei, alter Und was das Sprinken angeht beim Fliegen Da ist die Shadding in keinem Meter hinterher Vor allem sie fliegt schnell und sie fliegt lange Ich will aber was ausprobieren Oh Gott Wo ist denn... Da haben sie überhaupt kein Leben mehr am Strand Wow Egal Bevor ich jetzt wieder so viel Zeit verschwende Mit rumeiern und nichts tun Weil ich ja eigentlich Aha Da Ah, das ist wunderschön Oh Oh Ah 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 Ich habe einen Dodo gefangen Es heißt ja nur Dodo sind flugunfähige Vögel Ja Und ja sie sind flugunfähig Allerdings stört es sie nicht So Oh Oh Meine Beine Ja Kontrollieren Ja gut Äh Ist ein bisschen langsam ja Ah 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 Oh Gut Ich gehe damals aus Damals gleich zu Aber das Brot brodelt ja noch nicht Oh, ja. Die ganze Kappes in den Mörser. Komm, hau rein in den Lachs. Hey! Hm. Stell ich jetzt noch das Fadenkreuz und so ein? Äh, Fadenkreuz eigentlich schon. Ach, ne. Das mach ich denn mal außerhalb der Aufnahme. Ich gucke auch mal Karte. Ich weiß, wo ich bin und so. Aber eigentlich brauche ich das nicht. Ich kenne die Map, ja. Ist eigentlich nicht unnötig. Hm. Na, dann werde ich mal losstreifen. So futtern habe ich ein bisschen. Ach, was ich mitnehmen wollte, ist mein Fernglas. Ach, Mann. Und dann wird es auch gleich Zeit, einen kleinen Break zu machen. Also, wird die Wanderschaft erst in der nächsten Folge losgehen. Ach, wie blöd, wow. Au! Hallo? Was geht'n mit dir, Junge? Was geht'n mit dir, Junge? Hihihihi. Ich kann aber auch nicht durchlaufen. Auf mein Fernglas wieder. Jetzt kann's weitergehen. Aber wie gesagt. Weiter geht's. In der nächsten Folge. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal. Bye!